Wirbel beim Sieg gegen Schweden Wichtiger Moment für den Turnierverlauf, die DFB-Elf schlägt Schweden in einem dramatischen Spiel und in letzter Sekunde. Quelle, t-online.de Nach dem erlösenden Siegtreffer in der Nachspielzeit ließen sich Mitglieder der DFB-Delegation zu einem provozierenden Jubel in Richtung der Schweden hinreißen. Die Aktion könnte nun ein Nachspiel haben. Der Fußball-Weltverband FIFA hat Ermittlungen wegen der Vorfälle am Ende des Spiels Deutschland gegen Schweden gegen zwei Mitglieder der WM-Delegation des deutschen Fußballbondes aufgenommen. Nach provozierendem Jubel aus dem deutschen Lager kommt es an der Seitenline zu einem Handgemenge. Auch Schweden-Trainer Jenne Andersson, er, im weißen Hemd, eilt heran. Quelle, Matthias Koch-Demago Wie die FIFA am Sonntagabend mitteilte, richten sie sich gegen DFB-Büroleiter Gauk-Belau und Ulrich Furcht aus der Medienabteilung. Beide hatten nach dem 2-Doppelpunkt-1-Sieg der deutschen Mannschaft bei der WM 2018 provozierend vor schwedischen Delegat-Ings-Mitgliedern gejubelt. Größer als größer als größer als hier finden Sie ein Video vom Handgemenge an der Seitenlinie kleiner als kleiner als kleiner als kleiner als. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hatte sich zuvor entschuldigt. Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional, übermittelte der DFB über die sozialen Netzwerke. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer und seinem Team entschuldigt. Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer und seinem Team entschuldigt. Ursekter. Raute Gäste. Schwedens Coach Jen Andersson sagte, einige der Deutschen fingen an zu feiern, indem sie in unsere Richtung liefen. Sie fingen an, Gästen zu machen, das hat mich sehr verärgert. Auch Schwedens Star Emil Forsberg, der bei RB Leipzig unter Vertrag steht, brachte nach der Partie seine Unmut zum Ausdruck. Beim schwedischen Fernsehsender TV4 erklärte er, das war Mangel an Respekt, ein ekelhaftes Verhalten. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team